Das ist schade. Katie ist am Suchten. Ey. Katie, was machst du denn das? Hallo, du musst dich hier konzentrieren. Bitte. Bitte. Okay? Machst du da einen Boss? Ja. Alter, bitte. Katie. Okay, soll ich mal erklären, was ich hier mache? Ja, erklär mal. Guck mal, so sitzt sie den ganzen Tag hier und zockt. Ey, die hat den ganzen Tag übertrieben, okay? Sie zockt einfach die ganze Zeit. Stimmt überhaupt nicht. Einfach wie so ein Chiller. Warte, warte, ach, pass auf, ich sterbe. Nein, okay, ich spiele hier. Ich spiele WoW. Und ich heile. Wie die die Maus auch hat. Und ich muss mit den anderen beiden Fingern spielen, weil mein andere Finger kaputt ist. Oh, jetzt sind alle gestorben. Jetzt hast du mich ab. Okay, nein, jetzt sind trotzdem alle gestorben. Oder? Pass auf. Sind wegen die alle gestorben? Nee. Bist du schlecht? Alle tot. Hier. Oh. Ja, so sieht das aus. Immer wenn ich aufnehme... Nein, pass auf. Ich kann das erklären. Ich habe gerade geradet. Ja? Ja. Ja. Äh. Warum soll ich das nicht? Da habe ich gedacht, da fähre ich sie einfach mal. So sitzt sie den ganzen Tag. Den ganzen Tag ist übertrieben. Und ist nur am zocken. Nur am zocken. Oh. Ja. Müsst du noch was sagen zum Abschluss? Ich spiele auch WoW, es macht Spaß. Simon spielt nicht mehr. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.